3, 2, 1, jetzt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Revoltax Church! Mit dabei ist der Jan. Hallöchen! Und der Julian. Ja, hallo. Voll am übersteuert. So, jetzt wieder ihr Kanal. Ja, wieder Biomasse sichern. Und die Ohrschädenprobleme bei euren Doktern, die da festgestellt worden werden, könnt ihr gerne an, ihr wisst schon wen schicken, nicht an mich, an ihn hier. An Scheißeimer! Ich hab's nicht gesagt. Dann wisst ihr dann, wo ihr seid. Ich hab's versucht, mich wieder runter zu schlucken, Alter. Bleib bei mir, Arun! Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Es hat noch nach Chips geschmeckt. Jawoll! Oh, ich glaub, das wird ne Doppelfolge. Da machst du nichts. Jo! Komm! Drei Idioten gibt's noch. Und zwei sind davon auch noch Rekruten, ja? Ah, ne, gar nicht. Ha! Der, äh, der Rekrut rasiert. Also, Freunde, das hier, nach, also, die Folge geht eine Minute 40, wir können jetzt schon sagen, Doppelfolge. Da machst du nichts! Jetzt verkacken wir das auch noch, pass auf. Die kicken die auch nicht, ne? Guck mal her, Jan. Guck mal zu mir. Oh! Oh, ich hab ihn gehauen! Ja, du machst mir aber keinen Schaden. Ja, ich weiß. Aber es sah gut aus, äh. Super! Ey, meine Güte, ne, das ist schon wieder so eine richtige Vollidiotenrunde, ja. Oh, Mann, ey. Feindliche Aktivitäten. Besicherung des Behältes fortfahren, sobald die Bedrohung noch... Ich hab einen gedowned, ne? Treppe. Na, bei mir bleiben! Meins. Nein. Ich hab einen gewallbankt und gedowned. Nice. Boah! Keine Sturms, Alter. Wie der kassiert hat, Alter. So, also, ich kann jetzt schon sagen, zwei Leute werden jetzt sterben. Mindestens zwei. Kleine Randinfo, falls es jemanden interessieren sollte, wir nehmen auf und spielen auf der PS4. Ja. Mal so als Randinformationen. Quantum Dexter. Der ist lustig, der Typ. Ich mag den. Ich mag den. Ob der sich hier Quantum Break holt, oder wie das Ding heißt, für die X-Rux? Ja, das ist ja nur für X-Rux. Aber das sieht geil aus. Ja, ich hab mir davon auch schon ein Video angeguckt, aber ich muss sagen. Also, das sieht echt nice aus. Naja, dafür kriegen wir das neue Ratchet & Clank. Ja, aber ich war noch nie so ein Ratchet & Clank-Fan, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde es schade, dass sie, äh, dass Sony den, ihre alten Ultgen-Helden, mit dem sie sich aufgebaut haben, so wie, ähm, Crash Bandicoot und, was weiß ich, das versauern lassen, das nicht weitermachen. Spyro. Äh. Dass da nichts mehr kommt, das ist echt schade. Ja. Oh, blinde Ehrgeiz. Oh, fangen wir an, oder was? Haben wir schon zwei Tote? Hm, der Recruit hat den Smoke gekillt. Okay. Hahaha. Wussten. Oh. Hm. ja montagne Nice, sehr schön Ein Gegner verbleiben Hier 2 diese runde weggeholt ist schon mal geil blutschweiß und tränen hat er jetzt gekotzt in der runde alter dieser bierwände des level 80 und hat gerade rekrut gespielt hat er nicht den einen auch geteinkt ist shadowhawk hat ihn geteinkt und auch hat quantum dexter doch mal gucken ob sich jetzt wieder gegenwärtig war auch noch auf die gegner das wäre interessant aber warum haben sie das überhaupt gemacht ist doch die frage ich komme diese episode hat nur 155 punkte das halbe team geteinkt auch spiel mit jäger und zwar mit kost die drei rekruten weiter zu seiner position naja sollen sie mal machen müssen wir uns wieder oben nicht auf den buch und schießen also wie immer ich mache die neben seite auf da also bei mir ist rechts der raum schon offen von haus aus meine fresse was ist das denn für ein dummer wichser man schmeiße mal wieder raus gerade wenn ich tot bin ich habe mich gemacht das ist unser richtiger idioten ohne wird kriegt ja noch mal habe ich welchen hat denn da eigentlich 58 ich stelle dass die switche von der einen seite zur anderen hinkriegt ich schreibe es ihnen gerade an oder was das wird den geschriebenen soll man andere spielen werden dass die leute auch nicht kicken also verstehe auch nicht naja wir haben ja von vornherein gesagt das ist eine doppelfolge wird ich hau den jetzt auch direkt weg soll ich ihn nicht weghauen du hast mehr punkte als ich die punkte sind mir scheißegal okay der ender minus 100 guck es dir an was für ein elendiger wichser das ist er ist raus ja schön das war der match bei ja wir machen quantum dexter und ich wir machen das ja macht jemand jetzt gleich raushalten ja was ist sonst ja 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 ich will mich zeigen werden ich stehe eh schon hinter dir ja 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 da draußen erschossen ja 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 ist das ja 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 da ja ja java Jetzt kommt er, warte, jetzt kommt er langsam Achtung, Achtung Er guckt in deine Richtung, er guckt in deine Richtung Ne, ist er zurückgegangen, er sucht die Kamera Jetzt hat er meine Kamera ausgeschaltet Fuck Draußen ist einer auf dem Dach über euch Mit Schild Fuck Komm Jawohl Der wächst da, der macht das Das ist Montagnier auf dem Dach LOL Wir haben das fertig gemacht Nice, Alter Nice So Wieder einmal Doppelfolge Ach ja, stimmt Wie viele Minuten haben wir denn jetzt? Äh, 14 Ah, okay, gut Ach ja, stimmt, war ja eine Doppelfolge Da war ja was, ne? Ja, du solltest weniger in den Pausen an dir rumspielen Oh, die gehen alle raus, schade Hm, wir können uns gleich wieder neue Operator kaufen Hm, ich bin auch fast Level 6 Ich bin Level 6, bin fast Level 7 Arsch Wie bitte? Nichts, nichts, alles gut Na, das Konsulat Da kau doch noch lauter Hast du Hunger? Wird dir was rumbringen? Nee, war's nicht Isst du deine Kesselschips gerade wieder? Nein, Quatsch Ich will jetzt hier keine Schleichwerbung auf Ein Product Placement So wie auf Twitch Musst du aber gut verdienen, ne? Wenn du dann die ganze Zeit in den Streams das Laufen erwähnst Ja, man Ich hab auch immer eine Facecam an Ja Und da sieht man aber nicht mein Gesicht Sondern immer nur diese Chips-Tüte Mit dem Logo und mit dem Namen und sowas alles drauf Und ganz dicht behält, ne? Komplett behält Ich hab da, ey Ich glaub mir, ich hab da 50 Stadion-Scheinwerfer draufleuchten So hell ist das beleuchtet Aber immer alles schön gut sieht Clever Ja, ne? Boah, hoffentlich sind die nicht in der Garage Oder hier unten in diesem komischen Serverraum da Obwohl Garage wäre eigentlich noch ganz gut Ja, die sind in der Garage Ich geb dir jetzt schon mal ein Tipp Ich weiß nicht, ob du was gesehen hast Aber geh nicht die Treppe runter Ich bin doch tot Ja, aber geh gleich nicht die Treppe von oben runter Und dann, ähm Genau Da liegt es hier Fünf Sekunden bis Einsatz Das fliegende Nogia-Handy Weiter zum Bio-Befahr Und wir älter und die unsicher So, let's go Wahoo Wahoo It's a me, Mario Zack Ich muss dir ganz ehrlich sein Ähm Jan, du hast da Du hast Hipsdrohne, ne? Ja Fahr mal unten, fahr mal unten durch Da ist ein Steuersender Ich bin tot Gut, hat sich erledigt Wo bist du? Ähm, über dir kannst du durchs Fenster durch Wenn du da oben durchgehst Und dann die Treppe runter guckst Dann guckst du direkt auf den angeschlagenen Kessel Ich dachte gerade erst Der Geländer wäre ein Kopf von irgendjemandem Wahrscheinlich dann wieder auch ein Teammate, ne? Da vorne gleich mal eine Leiche Und dann, wenn du runter guckst Kannst du direkt bei denen reingucken Geradeaus durch Ach, da ist der Teammate schon Von rechts Den hat aber BBC Rest kann ich dir nicht sagen Hinter dem Ben wahrscheinlich Oh Nein Oh Ey, wie Ich möchte wissen Wie viel Leben der Typ noch hat, ne? Google doch mal Ich hätte nur noch Anfuß müssen, der da oben gekippt Ich will gar nicht wissen, wie viel Magazin Hast du eigentlich dein ganz Magazin überprügelt? Nö Zwei Stück habe ich auf den draufgehauen Na, warum wird dann Ding jetzt wohl nicht gezogen? Oh nein Oh nein Die war von der P90 weggerotzt, wa? Hm Jetzt ist er denn auch Ah, der wäre sogar so kurz gewesen Hinter dem war auch noch einer auf der Treppe Naja Oh, ne, da links war der Links In dem Raum Ach, du ahnst es doch nicht Naja, egal Tradition ist und bleibt Tradition, ne? Erste Runde verlieren Kastaranka Oh, Ranka Oh, ne Mal hin, es gibt fast keine Runde, wo du nicht einen Frost in der Runde drin hast Ja, warte mal ab, wenn er erstmal down gepatcht wird Wurde denn bestätigt, was alles down gepatcht wird von ihm? Ähm, die Reichweite von der Shotgun Ja Und dann ist ja so gut wie alles weiter bei den down patchen kann es, ne? Naja, schlimmer wäre es gewesen, wenn sie zum Beispiel auch noch den Aber Boah, Entschuldigung Ähm, aber den Schaden haben sie jetzt noch nicht gesagt, dass sie den runterhauen, ne? Aber den Boden verstärkt Nee, den Schaden nicht Aber halt, äh, den Jens, man, die Reichweite von Erschättern Ich habe den Geogefahrgutbehälter gefunden Achter, Arne! Hör verbarrikadieren! Herzflachsensor eingesetzt! Ja, wo ich lege, kriegst du ja voll epileptische Anfälle, Alter Mhm Sehr vorsichtig, ne? Die können auch von unten jetzt kommen Fuck Hinten durch, der Bug am, äh, außen, der war ganz außen Oh mein Gott Zünde Einer ist, einer ist rechts, rechts, rechts um die Ecke Warte Bleib da, bleib da Nein, 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 pusht ihr nicht Einer ist oben am Dach Oben am Dach Pass auf, die sehen nicht da, ne? Bleib da Einer ist oben Ey, da sind zu viele Glaub mir, bleib da Bleib da Einer ist oben am Dach Einer ist draußen am Fenster Und einer ist auf dem Boden Oh Oh Nein Hör doch mal, was sind die Behinder? Warum wollen die die nicht kicken? Ja, weil du es gerade gesagt hast, was die sind Was? Ja, weil die das sind, was du gesagt hast, dass sie sind Nein, doch gar keine Schnitte Ja, wer weiß Der Gegner versucht nicht mehr den Behälter zu Boah, also der denn gemessen hat, das wäre geil gewesen Ja Okay, jetzt haben wir aber zum ersten Mal, glaube ich, die erste und zweite Mal mit verloren, ne? Ja Ja Matchball war Jo, ciao Jo, ciao Ich bin jetzt im Haus drin, weil ich den Eingang nicht gefunden habe Oh, ich weiß aber wo die sind Oh, ich weiß aber wo die sind Ja, ich weiß auch, weil ich da aufgegangen bin Ja Wollen wir mir einen Vortrag halten, ne? Scheiße, ich wäre da fast vorbeigerutscht Ja, ich wäre da fast vorbeigerutscht Aber da war auch nur eine Holzwand Das heißt, drüber springen konnte ich nicht Mhm Ja Gut erkannt Ach, da ist das Konsulat, lol Garage nicht Mhm Ich hab die, ich weiß wo die sind Ich hab's, ich hab's, ich hab's Ja, das ist super, ich schieb nämlich schon die ganze Zeit auf die drauf Das ist ja schon schön, wie viel hast du gut gehört bis jetzt? Ja, noch kein Ein Einer dürfte jetzt, von dir aus gesehen, hinten links Könnte es in der Ecke sein Könnte sein Scheiße, wo ist hier die Kamera? Lutsch mir den Sack, wenn ihr mich kickt, dann solche Idioten, ne? Ja Ja, ich flieg jetzt gleich raus Ja, ich flieg jetzt gleich raus Einer vom eigenen Druck verbleibt Scheiße Scheiße Und tot Also der Doktor war eben, wenn du durch den Haupteingang willst, rechts Echt 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 Dankeschön Echt Echt Food das war nicht so so eine schöne runde jetzt so dann jetzt aber vielen dank dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt und muss es